Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Oberzockt auf der Zielgeraden zur Rakete wir hatten ja geguckt, ich glaube der hier unten war bei 93% vielleicht nehmen wir mal die hier erstmal raus die Anforderung und machen jetzt mal zwei Raketen fertig ich würde mal wissen wie das aussieht steht dann hier eine richtige Rakete drin weil so weit war ich noch nie noch nie war ich so weit dass ich eine Rakete hatte aber ich möchte halt alle acht Raketen auf einmal starten das ist meine Intention noch in diesem Display und alles andere ist einfach nur Sachen verbrauchen irgendeinen Mist machen den so kein Mensch mehr braucht ich habe eigentlich gehofft dass wir noch mit der Forschung fertig werden komplett da scheitert an den intelligenten Greifarm die darin scheitern dass wir keinen Low Greifarm haben die darin scheitern dass wir keine Eisenblatt haben wie soll es auch anders sein da ist der Durchgang naja hier oben läuft halt gerade mal noch ein einziges Labor aber mal gucken ob wir da mal selber machen können bevor wir hier gar nichts machen ein paar blaue Dinger basteln brauchen wir ein paar Batterien für sollte kein Problem sein ja 90 obwohl die brauchen wir gar nicht selber zu machen wir können doch einfach hier die Greifarm machen das soll die Batterien hier oben liegen nehmen aber die Greifarme die Roboter werden immer immer mehr und trotzdem nichts zu machen das heißt eigentlich erhöht sich auch der Stromverbrauch immer immer mehr die Roboter noch mal Jossjagen haben wir eigentlich noch genug hier 29.000 von dem Zeug ach komm machen wir nochmal hier oben so mal hier bis zur Mauer freuen sich unsere Bauroboter haben wir auch mal ein bisschen was zu tun 500 400 270 da fehlt noch die Bauroboter da fehlt noch die Bauroboter da fehlt noch die Bauroboter weg damit braucht kein mensch zumindest nicht auf dem planeten so Ja, eigentlich haben wir jetzt nur noch ein Ziel und das ist halt die Fertigstellung der Raketen. Vielleicht kann ich ja da ein bisschen zuarbeiten. Oh nein, das will ich auch. Ah, 90 Prozent. Da haben wir noch welche. Und da auch noch welche. Und da und da und da. 290 Prozent. 99 Prozent. Okay, Entschuldigung. Nein, da ist noch eins fertig. Da ist noch eins fertig. Komm, wenigstens noch eine hier. Boah, geil. Geil animiert, muss ich schon sagen. Jetzt ist die Frage, hätte ich das auch überall anders gehört? Oder nur weil ich jetzt hier neben gestanden habe? Das werden wir bald erfahren. Blaue Schaltkreise. Wollen wir uns einfach mal ein paar anfordern? Steuagreite. Oh, hier haben wir noch eine Fertig. Steuagreite. 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 Sehe ich. 95, 96. Das heißt, wir brauchen noch mal 40 bzw. 34 Steuergeräte. und Fuel. Steuagreite. 98, 12 und 7 werden uns unterwegs. 19, 21. Das heißt, ihr seid durch. Wenn ihr dann angekommen seid. Reisenplatten, Reisenplatten, noch mehr, noch mehr Reisenplatten, 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 Reisenplatten. Ich will jetzt nicht 2,6 sagen. Jetzt. Nein, das wird man tatsächlich nur wenn man in der Nähe ist. Nein, das wird man tatsächlich nur wenn man in der Nähe ist. Schiff links. Schiff links. Schiff links. Aber ich brauche auch nicht mehr. Hier könnt dort mit rein. 86, 87, 87, 90, 92, 92, 84. Das heißt, dass am besten wäre es, wenn wir jetzt hier alles rausnehmen. Nichts mehr anfordern. Nichts mehr anfordern. so. 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 Und hier jetzt ordentlich mithelfen. Dann braucht ihr nicht mehr so weit zu laufen. beziehungsweise nicht mehr so weit zu fliegen. Wir ballern euch jetzt hier voll mit Eisenplatten. demnach, 20, 25, 25, 25, 25, Und immer noch keine Freien. Aber ihr seid ja fast alle durchgehend am Arbeiten. 87, 88, 90, 85, 83, 93. 2 Raketen sind fertig, fehlen nur noch 6, fehlen nur noch 6. Und wie gesagt, wir fordern uns trotzdem nochmal hier die blauen an. Und 1er Geschwindigkeitsmodule. 100 und 100. Ich weiß jetzt nicht warum die 3 gekommen sind, aber ihr könnt den haben. Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Ich glaube ich hole es am besten selber, es ist besser. Ja, her, 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 her. Die Linie habe ich vergessen. Wo ist die Maus? Seht man die Maus? Da ist die Maus. 1, 6. Nächsten. Nehmen wir mal so ein bisschen mit Helfen hier. Zitat. 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 Oh, von unten? Wir sind da von unten reingekommen. 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 Wir sind da von unten.